Ja, hey Leute, was geht's? Hier ist wieder euer Guilla-Tobi und alles fresh bei euch? Ja, auf jeden Fall hammerhart warme Tage, die wir jetzt so im Moment haben. Also morgens geht das eigentlich nicht, wenn ich zur Arbeit gehe, aber wenn ich dann, ja, nach der Arbeit, ja, dann... Wir haben ja immer so Deutsche See, haben immer so Pullis, also welche Pullis, ja. Also, weil, ja, das sage ich am besten, weil wir ziehen ja extra nochmal so eine Jacke an, weil ich arbeite ja in TK-Lager, das ist also tiefkühl, da kommt Fisch und so weiter, das alles, da wird eingelagert und ich kommissioniere da so mein Kommissionierfahrzeug. Und das ist eigentlich ganz cool und, ja, aber ich wollte euch noch jetzt darauf hinweisen, wie ihr jetzt hier seht, ich nehme jetzt über die Playstation 3 auf, ja, wie ihr jetzt hier gerade seht, ich mache jetzt gerade ein Update, Systemupdate. Ja, ich habe das jetzt so bekommen, ich hatte sonst immer nur die Xbox 360 Slim gehabt und habe darauf meine Xbox 360 Let's Plays gemacht. Aber mir gefallen eher einige auch Playstation Titel, natürlich Japano Games, weil, ähm, da bin ich ein riesengroßer Fan. Und, äh, da werden, äh, ich werde gerade wieder bei Facebook angeschrieben. Boah, ne, diese Blögen, naja, so, jetzt das Signal wieder, äh, ja, das muss jetzt mal wieder kommen. Ja, und, äh, ich hoffe, es gefallen euch denn die neuen kommenden Projekte so gesehen. Ähm, ähm, okay. Ja, ich habe mich gerade auch jetzt bei, äh, Playstation Network, ähm, ja, ich habe das alles hier gerade über die Internetseite fertig gemacht. Ja, ich brauche mich jetzt dann noch hier anzumelden und, äh, machen dann noch welche Einstellungen. Auf jeden Fall werde ich dann noch, äh, ja, die Xbox 360, ähm, Projekte auf jeden Fall nochmal hochladen, alle noch fertig, äh, machen. Weil die Projekte sind noch nicht so ganz beendet. Ich habe noch Tomb Raider und was habe ich da noch? Äh, ja, Define's. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt noch was kommt für die Xbox 360, äh, ihr werdet das sonst ja sehen. Auf jeden Fall freue ich mich ja schon auf, äh, PS3-Titeln, ich hoffe ihr auch. Ähm, ja, darum habe ich ja auch extra jetzt bei Konsolen und weiche mich ja auch auf die Playstation 3 jetzt zu der Playstation 4 denn, äh, so gesehen, ja, vorbereiten möchtet. Damit ihr schon Bescheid wisst. Äh, ich habe jetzt auch hier gerade, ähm, per WLAN hier fertig gemacht. Ich habe auch diesen, nicht die Super Slim, äh, von der Playstation, sondern die, ähm, die normale, diese dickere da. Äh, gefällt mir am besten, weil, äh, der ist nicht so empfindlich wie diese kleinen und die kleinen finde ich jetzt nicht super hübsch und so. Äh, der macht auf jeden Fall der Größere, ja, mehr was. Auch wenn jetzt die Slim kleiner ist und dann auch hübscher aussieht, aber, äh, naja, ich finde jetzt, von der, von der Xbox sind die immer die kleinen Varianten immer irgendwie besser, finde ich. Und bei der Playstation ist immer das erste irgendwie das Bessere oder so, keine Ahnung, aber, ich weiß nicht, die Größere finde ich irgendwie besser als die Kleinen. Naja, auf jeden Fall ist das Geschmackssache. Äh, ich wollte euch nur darauf, dass ihr, äh, ja, darauf aufmerksam machen, damit ihr euch ja schon mal einstellen könnt, ähm, auf, äh, Playstation 3 Titeln, weil ich freue mich ja schon auf, äh, coole Games wie The Last of Us, hoffe ich mal, für euch. Ähm, ja, ich, äh, ich wollte ja heute das ja kaufen bei meinem Game Shop, aber die hatten das ja nicht gehabt und, ja, ich war ein bisschen blöd. Jetzt wollte ich das eigentlich bei Saturn und jetzt habe ich das aber bei Amazon bestellt. Äh, ich denke mal, das ist ja auch schon jetzt, ähm, ein Versand, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall werde ich mal sehen. Ich wollte euch nur noch darauf jetzt hier so, äh, eine Mitteilung geben. Äh, ja, auf jeden Fall werden auch coole Projekte kommen, wie auch Talos auf, äh, Exilio. Äh, da wollte ich noch, äh, Kingdom Hearts, äh, das soll ja auch bald ein Remix kommen, wollen ja auch noch ein Let's Playen. Äh, Heavy Rain auf jeden Fall auch noch. Also, da stehen noch, äh, genügend PS3-Titeln vor, die ich noch so gesehen über die Playstation 3 für euch Let's Playen möchte, weil es gibt es ja eben halt nicht auf die, äh, Xbox 360, also einige solcher Games. Und, äh, ja, ich will euch natürlich noch mehr bieten und ich hoffe, es gefällt euch soweit und ja, mal sehen. Auf jeden Fall ist es jetzt schon, äh, es kommt vielleicht, wenn ich Glück habe, vielleicht am Wochenende Samstag, The Last of Us, steht hier bei Amazon, Samstag, 22. Juni. Ich hoffe es auf jeden Fall, mal schauen. Äh, ja, wäre eigentlich ganz gut, weil Samstag muss ich ja nicht arbeiten, kann ich also, ja, entgegennehmen. Hehe, weil man muss ja eben halt per sowas zeigen, aber naja, gut. Ja, das war's soweit, äh, ich wollte euch ja nur eben halt, äh, darauf, äh, ja, mitteilen. Und, äh, ja, schreibt mir in den Kommentaren, äh, auf welche ihr noch freuen würdet und, äh, ja, was ihr davon halten würdet. Und, ähm, ja. Gut. Das war's dann soweit. Ich danke fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns sonst auch hier auf der Playstation 3, ja, in einem bestimmten PS3-Titel. Ja, das war's jetzt von mir. Haut rein, Leute, und schöne, warme Tage. Hehe, ciao. Und, äh, ja. Jetzt, äh, ja. Und, äh, ja. Und, äh, ja. Und, äh, ja.